Die letzten Seufzer einer Jahrhundertfichte. Jetzt ist La Panera tot. Panera wurde sie gerufen, weil ihre Form der Äste an ein Brotgestell erinnern. Erst letztes Jahr wurde die Fichte krank. Der Buchdrucker hatte sie befallen. Ein großer, achtzahniger Fichtenborkenkäfer. Nun gaben ja rund 100 Personen aus der Region das letzte Geleit. Es war immer noch ein Winter, aber es war nicht so gut. La Panera gehört gemäss Baumexperten nicht nur zu den höchsten, sondern auch zu den schönsten Bäumen Europas. Wegen ihrer perfekten konischen Form und den Ästen, die bis zum Boden reichen. Diesen Erfolg verdankt La Panera ihrem Standort. Viel Sonne, viel Wasser und viel gesunde Bündner Bergluft sorgten für ein langes, glückliches Fichtenleben. Nun wird La Panera auf dem Waldboden von Luven als Monument bewahrt. Möge sie in Frieden ruhen.